Liebe Landsleute, wenn Sie nicht wollen, dass andere bestimmen, wie unser Geld ausgegeben wird? Wenn Sie nicht wollen, dass Deutschland für die falsche Finanzpolitik anderer Staaten unbegrenzt zahlen soll? Wenn Sie kein islamisches Europa wollen und der Auffassung sind, dass die Türkei nicht zu Europa gehört? Wenn Sie den Kollaps unserer Sozialsysteme durch die ungehemmte Masseneinwanderung verhindern wollen? Wenn Sie, wie in der Schweiz, bei zentralen Themen über einen Volksentscheid selbst mitbestimmen wollen? Wenn Sie dagegen sind, dass unsere Soldaten bei Auslandseinsätzen sinnlos und für andere Interessen verheizt werden? Wenn Sie dagegen sind, dass millionenfach Kindergeld und Sozialleistungen von Nichtdeutschen abgegriffen werden können? Dann stimmen Sie am 25. Mai für deutsche Interessen in Europa. Wählen Sie die NPD! Untertitelung des ZDF für funk, 2017